Na ja, Mario, und da mein ich halt eben, warum benutzt du ein Schild, wenn du auch rollen kannst? Oh, wir sind ja schon wieder live. Ähm, hi! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 1. Ja, wenn wir uns schon mal sitzen, dann werden wir auch gleich mal aufleveln. Und zwar, etwas mehr Kondition wäre geil. Und etwas mehr Stärke. Äh, und noch ein bisschen Kondi, ja, das passt schon. Ich natürlich, faul wie ich bin, werde jetzt noch nicht den offiziellen Weg da hochgehen, sondern wir gehen jetzt mal den inoffiziellen Weg. Da hat es wirklich kurz gerade nachgeladen, was? Das ist mir auch noch nie passiert. Ist sie schon da? Ah ja, hi Anastasia. Immer noch so stumm? Ja. Ja, ich werde mir mal ein bisschen Ausrüstung besorgen. Weil wenn wir schon Kleriker spielen, da rentiert sich eine Waffe ganz besonders und die sollte ich mir wohl holen. Gerade jetzt, wenn ich kaum Seelen dabei habe. Außerdem, ich habe ja den, 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 den Master Key genommen, dann geht das. Außerdem, der ein oder andere sieht vielleicht jetzt auch noch so einen kleinen Trick. Das ist doch auch mal ganz nett. Joe erklärt die Welt. Ach, bin ich ein guter Mensch. Lasst mich das einreden. Ich brauche das. Du bist im Weg. Ich möchte nur das hier haben. Vielen lieben Dank. Warum auch immer. Hier gehen wir noch nicht hin. Man kann sich förmlich vorstellen, wie dunstig schwül das hier unten ist. Das gute alte Neu-London. Weiß auch nicht. Irgendwie, ja, so ein Remaster von Dark Souls 1 wäre schon schön. Aber, wie es im Leben halt so ist, es kommen immer nur Remasters, größtenteils von Scheißspielen. Ja, ein bisschen schade. Also nicht nur von Scheißspielen, aber ihr wisst, was ich meine. Größtenteils natürlich. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe da, ja, war ein bisschen zu übereifrig, mein Fehler. Ah, so gut. Ah, so gut. Na, was hängt denn da? Ist das etwa ein Drache? Die Überreste eines Drachen? Ja, vielleicht. Wer weiß das schon. Vermöglich. Ich nehme das mal an mich, geil. Danke. Und, 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 und. Hi, Scheiße, ist der hässlich. Ich bin tot. War es aber vollkommen wert. Ich mein, wir haben nur 283 Seelen verloren. Man kann durchrollen, ja. Aber wir hätten jetzt ganz ehrlich, wir hätten nicht viel verloren. es sind ja nur 283 seelen gewesen das ist gar nichts zumal ich den drachen auch wirklich nicht bekämpfen will mir ging es nur darum dass ich den drachen wappenschild bekommen und als waffe sehr viel wichtiger das gute alte astora schwert dafür muss ich aber noch beweglichkeitsgill nummer so aus neugier nur sowas ihr wisst schon aus jugendlichen leichtsinn und ja komme ich da ungefähr hin also zwei läffelchen bräuchte ich noch dann wäre ich eigentlich zufrieden sehr geil richtig geil und wir nehmen etwas mehr vitalität das wird gleich noch wichtig dann kannst du mal den streitkolben weg packen nimmst das schwert da bin ich doch schon deutlich zufrieden damit aber deutlich wir bewegen uns direkt nochmal darunter da ich mir noch andere kleidung besorge und noch etwas anderes so außer ich verkacke natürlich jetzt das ist natürlich dann nicht so schön aber was will man machen und ich muss mich in der zeit wo der auf zu hoch kommen ein bisschen anders hinsetzen ja so läuft es wenn der da schon so lange rum fährt das brauchen wir nicht wir nehmen diese geste da schaut gut aus daher wieder hier längs dadurch hier hoch darüber drachental ja normalerweise kommt man hier ist reichlich später hin aber wenn man den master key hat und ich mein gott ich habe ihn genommen mir fallen diese plattform da drüben zum ersten mal auf das ist ja interessant moment mal kurz das ist sumpf da unten kann auch gar nicht oder müsste ich meine geografische these aufstellen aber dafür haben wir jetzt gerade keine zeit übrigens hier ist nicht alles so grün weil hier irgendwo ein uranleck ist zumindest wäre mir das nicht bekannt maja weißt du davon was hei 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 leck mich ja das würde euch passen an maja jetzt rumlecken ihr seid so widerlich hessische schwarze männer mit kapuzen oder säcken über den kopf und und nein das ist nicht rassistisch sind halt schwarz was was soll ich denn sagen es ist ja nicht das ist jetzt nicht so nur also abgesehen davon was kann ich mich so ab wir haben in deutschland keinen schwarzen rassismus demnach lächerlich in deutschland mögen wir unsere schwarzhäutigen warum habe ich das jetzt gemacht im grunde war das eigentlich interessant zu sehen dass es so gut funktioniert hat ja gut ja ja wisse so entstehen spontane experimente ganz flut dass es so viel schaden macht hätte ich nicht erwartet so hallo maja nimmt das nicht mit wie ein kleines kind bist du manchmal weißt du das du sollst nicht alles mit nach hause nehmen jawohl die sachen wollte ich unbedingt haben ist da noch irgendwas nein hör auf mit scheiße nach mir zu spucken ich mag das nicht wir sind aber noch lange nicht fertig ursprünglich war das nämlich damals meine route für neue klamotten und halt meine anfangs bewaffnung ich habe das dann aber ausgedehnt mit der zeit kommt halt eben erfahrung wisst ihr ha 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 scheiße das mit dem vergiftet sein das finde ich jetzt nicht so schön ha 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 musste das denn jetzt wirklich sein brauchte es das denn wirklich ich 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 ach ich 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 rege mich doch gar nicht drüber auf warum mache ich das warum mache ich das nein ich werde das ja toll es wird immer besser es wird immer besser wenn das so weitergeht dann kann ich das mit dem ring vergessen ha trink schnell lauf oh mein gott ha 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 ja ich glaube man merkt dass ich ein bisschen spaß dann hab mal wieder darsus einspielen zu können ja das das ist aber halt noch ne das war halt noch das war halt damals noch was ne das war halt was scheiß die wand an ach wie mich das ankotzt ausgerechnet hier noch so ein dart ins genick bekommen das ist doch schlimm jetzt ich ich kann jetzt wirklich sagen jay dass ich hier na also hier na hier heilwunder ab und so aber ja und nein aus böses äh äh fund äh ach ach lassen wir das einfach mal ach man komm schnell übrigens was ihr da gerade im hintergrund hört ich hab das fenster auf ansonsten würde ich hier drin elendiges ersticken es ist nämlich warm wie hölle aber ich nehme halt dennoch für euch auf weil ich war faul und ich war in letzter zeit sehr faul ich habe nicht viel gemacht ich habe mich auf meinem aufnahmen ausgeruht und deswegen muss das gerade sein und kreuz verflucht sind die da draußen ins ball war fertig oder wie lange wollen wir doch hin und her fahren so wunderbar haben wir es doch es dürfte gerade so hinhauen mit mit heilungen und estus flakons und jetzt nehmen doch bitte endlich diese verfluchte vergiftung ab das ist doch grausam hilft das was nein nein tut es eben nicht das ist aber jetzt echt richtig 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 scheiße krepiert übrigens wir haben da gerade den geheimen zugang zum aschesee aufgedeckt sei es drum dann holen wir uns eben dieser ring zu einem späteren zeitpunkt aber ich hab's zumindest gesehen ihr wisst jetzt wie es läuft ist auch schon mal was oder ich nehme mal mehr kann man also tragen liegt etwas in mir und habe ich noch fest optimal die maja die ist halt sportlich durch trainiert sie ist beim noch bei intelligenz acht was nicht rühmlich ist aber ja das hätte sich doch schon mal rentiert hörst du auf mit sachen nach maja zu schmeißen das mochte sie damals schon nicht hi wollte das was werden komm mal haua das machen wir nochmal das machen wir direkt nochmal Arschloch oh Arschloch hat was gedroppt oh soll yay fescher fetzen für die hotte maja oh ring der opferung ja ihr hört im hintergrund in der tat meine kontrolle klackern und jump jawohl was ist eigentlich hinter dieser mauer da direkt vor mir hm egal so hi da hoch da 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 mhm die sehle eines verlassenen untoten und eine rati eine rati die wir sehen so herrati die wir sehen da 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 und berg statt der untoten hi muss ich erstmal wieder meine stoffwitzen begutachten ach das schönste stoffwitzen aller zeiten ist ja auch ein mauer stoffwitzen hi bin ja nur auf der durchreise lasst mich euch gar nicht weiter behelligen schwupp hier gibt es übrigens auch einen trick wenn man es nicht verkackt wenn man es nicht verkackt aber ihr wisst ja alle guten dinge sind ja unsichtbare wände er gibt sintersatz ich weiß aber war gerade so ihr habt es gesehen habe ich mir nicht ausgedacht ich glaube maya das spiel mobbt dich hey 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 wie viele invisibility frames habt ihr noch nur so aus neugier möchte ich auch haben ähm was haben wir da nichts äh ah ist das abfall ist das schöner abfall 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 gar nicht mal so schlecht da war abfall sogar noch was gutes weil das kann man gegen gute sachen eintauschen ach schaut wo wir jetzt hin nachdem der sprung ja geklappt hat oder so interessanterweise wohl schon sagen nicht mal der rücksprung klappt das wäre es jetzt gewesen so geil war als man gerade mayas frisur durch den nebel gesehen hat ja immer top gestylt die frau ähm ich 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 nein ich werde das nicht tun weil es wird ja nicht funktionieren da kann man von oben hin hey drache nein maya wird vor dir nicht taumeln aua i once was a traveler like you but then i got an error into my knee ach ja die guten alten memes mach den schild weg und stirb mach den schild weg und geh erstmal dreiviertel kilometer von mir weg und nicht stirb Joe spielt schon wieder solche gewaltspiele das ist ja schlimm du so was haben wir da nein äh will ich was von dir ich glaube einen schlüssel ne ich glaube den schlüssel nehme ich auf jeden fall ei ich komm gleich wieder du hast noch mehr was ich haben möchte auf jeden fall hast du noch mehr hm je die maya die hat schon die fischeste mode kollektion weit und breit na böse hülle was will das werden ja hier kann man auch glitschen habe ich schon gemacht braucht man meistens ein paar versuche bis es hinhaut aber man kann von da oben aus auf diesen zwischen sims da unter mayas kopf da landen mit einer rolle dann darüber über der mauer da unten und dann ist man in der unteren untoten stadt also da kommen wir später noch hin ich werde den glitsch jetzt nicht machen weil ich könnte mich da unten eh scheiße war das knapp und für was für was für eine armbrust wenn ich mich recht entsinne ja war das so ja hm aber äh okay okay mir soll es mir soll es recht sein das war aber schon mörder knapp gerade eben ich hätte ja fast ich laber heute ziemlich viel fällt mir auf wer hat jetzt auch was gesagt hm 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 ein holz schild ist der besser als mein mauerfalls schild ja ist er wie ich zwar mehr aber ich nehme ihn mal und ja ich weiß ich habe noch einen anderen schild auch noch ich nutze mal die seele eines stolzen kriegers ich muss mal kurz da unten shoppen gehen ich dachte eigentlich ich komme noch ein bisschen an seelen vorbei aber ne war nicht so hi ich stehe mal hier auf deinem becher ja das störe dich ja nicht so das nehme ich und äh liberaturgiste kannst du mir natürlich wieder mal nicht geben oder gehen äh äh und das ganze nochmal und das ganze nochmal und warum mache ich das eigentlich nicht einfach gleich so weil ich muss ja noch mehr bei dir einkaufen nix gegenstand kaufen äh will ich die ich bin tendenziell eigentlich schon eher dazu geneigt da nehme ich mal mit und erzählen habe ich eh über hm 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 ach komm machen wir es einfach mal so mal große pfeile mal paar sagen wir mal 30 ja die reparaturkiste die läuft nicht davon die kann ich bei andere später auch kaufen glaube ich mich zu entsinnen auf der anderen seite so ein level up wäre auch nett hm ich entscheide mich fürs level up ist sogar zwingend notwendig weil äh 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 mein gott äh weg mit weg mit weg mit äh lassen wir mal da brauchen wir nicht brauchen wir nicht nope lassen wir mal nein nein nope äh nein nein ähm ja ok Kleidung hab ja eh noch nicht so viel das will ich auf jeden fall nicht dabei haben danke so ok aufsteigen zwei ganze level äh level in was investiere ich die denn in kondition mehr belastbarkeit und und bap 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 beweglichkeit ja so schauen wir mal was spricht die rolle das ist eine mid roll ähm wenn ich die handschuhe wenn ich die handschuhe haben wir auch eine mid roll dann ist es egal was spricht denn die belastbarkeit ja und level noch und dann passt es schon ei aua aua entschuldige dich du hast da was am schuh hängen du hast da was am schuh hängen uff mir sollte es egal sein der brücke schneller gewesen als du so und da geht es weiter und nun aua nein ich werde nicht vom istus trinken ich bin ein überragender kleriker zur not kann ich mich immer noch mit stuss heilen nein mit meinen wundern natürlich das ist das erste mal das mir auffällt dass man von hier aus die tür aussehen kann ich habe da noch nie drauf geachtet und das ist ja cool aha 7 Jahre ist es jetzt schon her dass ich das spiel zum ersten mal gespielt habe 7 Jahre und heute fällt mir zum ersten mal auf dass man da durchgucken kann aua nein hör auf damit komm Feuerbombe ja Brandbombe hießen die ja damals noch da 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 hallo hallo nein aua war das jetzt nötig ja das hast du jetzt aber auch verdient ne äh ja für die die es mal wissen wollten das geht ja aber und nun und nun ist nämlich Fallschaden aber ich habe mich eh geheilt aber erst dann weil da unten ja für die die es noch nicht gesehen haben hier sitzt ja dann was kommt hallo ich will dich gar nicht stören interessant gebautes Hausdach muss ich zugeben dass da da komisch gebaut aber ja die waren halt ihrer Zeit voraus äh ehe wir da jetzt weitermachen gehe ich erstmal plundern Hausfrieden zu na wo war ich habe den Schlüssel gekauft das ist jetzt mein Haus ja das ist auch ein bisschen was wo ich in Dark Souls 3 vermisst habe halt so kleine Dinge wie das da da so ein Schlüssel für ein Haus wo du halt einen Gegenstand bekommst nicht der ultra mega hyper wichtige Gegenstand aber das war doch nett Ei hallo ich wette ich kann ihm keinen Backstab geben ich wette ich wette ich wette ich wette ich wette ich habe mir es doch schon aua gedacht aua hör auf das ist nicht cool das macht man nicht vor allem nicht mit der Maja kommt er oh oh ja oh ja oh 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 Maja Maja da kommt jemand hallo so geht das aha meine Dodging Skills sind viel zu gut für dich haaa ich bin wie He-Man nur anders so bäm stirb dropp mir was dropp mir was dropp mir was dropp mir was ah fuck hm ja er hat die Möglichkeit dass er sein Schwert droppt oder den Schild hat er nicht offensichtlich ja na egal hätte nicht gedacht dass ich den noch so gut drauf habe ich bin schon ein bisschen von mir selbst überrascht ja diesen Schulterklopfer habe ich mir gerade verdient haha ja ja hi nein beruhig dich mal hier gibt es keinen Kaffee mehr was du musst aber so die Brust stecken doch mal so anmerken ja wo gehen wir denn jetzt hin erstmal nach oben man könnte mit dem Generalschlüssel die Tür da aufspannen aber daran habe ich kein Interesse war das hier oh nein nein das war nicht hier ja in Dark Souls 1 wurde man noch dafür belohnt wenn man mal Kisten kaputt gemacht hat gab es nämlich manchmal solche Lizards drin das war ziemlich cool da war Dark Souls noch cool das war schon immer cool nein zu meiner Zeit damals da ne hi was macht ihr da oben Fashion Gangbang lass euch mal nicht stören so praise the fucking sun das ist doch mal ein schöner Himmel vor allem er ist nicht gelb und er wird nicht von so einem komischen roten Ding am Himmel das wie so ein Finsterzeichen ausschaut verschandelt ach ja ja da war das alles noch schön so und wo ja 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 brüllen das kannst du brüllen kannst du was anderes kannst du nicht aber brüllen mal das ich niemand beschweren kann dass ich den ja hier jetzt irgendwie nur durch plunging-attacks schieße ich kann den auch anders erlegen gott sei dank habe ich jetzt nicht mehr seinen haarigen schritt im gesicht leider gesagt nicht ich sondern die maria aber ich glaube ich finde es auch nicht so geil ich kenne den ja gar nicht gut haben wir den den taurus dämon auch so geil da liegt eine leiche stellen die kiste drauf was stellen die kiste drauf aber warum ja dann sieht sie keiner mehr warum was weiß denn ich drachen triggern hei drache also leer lang ist hier hallo you don't look hollow far from it i am so lehrer bastora an adherent of the lord of sunlight now that i am undead i have come to this great land the birthplace of lord queen to seek my very own son you find that strange also eigentlich noch ich habe schon schlimmere gesehen als den da oh aha so i didn't fear you i have a proposition if you have a moment the way i see it our fate appear to be intertwined in a land brimming with hollows could that really be mere chance so what do you say why not help one another on this lonely journey ja ja kommen wir auf jeden fall well then take this yay speckstein we are amidst strange beings in a strange land the flow of time itself is convoluted with heroes centuries old phasing in and out the very fabric wavers and relations shift and obscure there is no telling how much longer your world and mine will remain in contact but use this to summon one another as spirits cross the gaps between the worlds and engage in jolly cooperation of course we are not the only ones engaged in this but i am a warrior of the sun spot my summon signature easily by its brilliant aura if you miss it you might be blind ha 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 hast du gerade gesagt ich bin blind oh, I like the sun if only us ja, den spruch kennen wir ja ok äh ich werde natürlich keinen schluck estus vergeuden drache backholt bitte nicht rum ich mag das nicht das tötet nämlich mayas weißt du danke läuft so dann gehen wir mal hier runter kannst du da auch runter gehen Maja ja, natürlich kann sie das so dann hocken wir uns hierher und dann würde ich sagen sind wir für diese Folge wieder mal durch und wir sehen uns in der nächsten Folge Dark Souls 1 den den den